glück auf und herzlich willkommen hier auf meinem kanal sss ich bin der sascha und ja wir haben jetzt die auflösung also des gewinnspiels dann einmal geht es ja um den ersten preis der college jacke und um den zweiten preis einmal den fischerhut mit den limitierten fanschalen und dann ja sag ich mal reden wir nicht lang gehen wir mal direkt rein und schauen wir mal wer die gewinner sind so dann werde ich mal jetzt alle informationen eingeben die dafür notwendig sind und dann werden wir mal den random comment picker starten und dann bin ich mal gespannt wer dann gleich gewonnen hat so dann starten wir mal geben wir einmal den link vom video ein das war also das video zum gewinnspiel dann als nächstes doppelte antworten rausfiltern dann der wichtige vfl sieg war ja das gewinnspiel wird dann als nächstes ja nummer der gewinner also ein in dem fall wir machen das zweimal hintereinander dann sind übersichtlicher würde ich sagen also wir haben 31 user die mitgemacht haben und dann würde ich jetzt mal sagen starten wir mal den picker und dann lasse ich mich mal überraschen wer die college jacke jetzt gewonnen hat auf geht's okay da haben wir also ein gewinner das wäre in dem fall grafik tut z dann sage ich auf jeden fall herzlichen glückwunsch zum gewinnen der college jacke und ich werde gleich unter den kommentar normales weiterhin schreiben können wir uns entweder austauschen auf der Seite hier bei YouTube oder wie gesagt ich werde dir noch meine E-Mail Adresse auch hinschreiben dann kannst du dich auch da melden und dann ja sag ich herzlichen Glückwunsch und dann würde ich sagen starten wir zum zweiten Mal und schauen wir mal dann wer den Fischerhut und den limitierten Schall gewonnen hat. Auf geht's! Okay und das wäre in dem Fall 7 Tromm dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Fischerhuts und des limitierten Schalls. Ich werde ja auch dir gleich unter dem Kommentar alles weitere noch mal drunter schreiben und dann kannst du dich mit mir in Verbindung setzen. Zwecksübergabe und dann ja sag ich mal bis bald. Vielen Dank für alle die mitgemacht haben und vielen Dank wie gesagt auch weiterhin für den Support und dann mal schauen bei 1000 Abos sag ich mal dann werden wir noch mal was besonderes raushauen. Also in dem Sinne morgen nicht vergessen alles raushauen wer im Stadion ist gegen Dortmund. Dann sag ich mal bis Montag beim nächsten Video. Schalte wieder rein, lasst ein Like da, ein Abo und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao, ciao!